Leibeigenschaft, also Sklaverei. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eine ehrliche und respektablere Alternative für ihn ist, als alles, was er auf eigene Faust unternommen hätte. Seraphim schnaubt durch seine vernarbte Schnauze. Ja, Seraphim kennt das Problem. Ja, Seraphim bringt es auf den Punkt. Dein Spielzeugpirat nimmt den Mund ganz schön voll. Ich an deiner Stelle würde ihm eine Lektion erteilen, Captain. Er konzentriert sich auf die und betrachtet Seraphim lediglich aus den Augenwinkeln. Vielleicht kann ich bezahlen, was ich schuldig bin. Da er nicht bezahlen kann, kannst du ihn mitnehmen. Fair ist fair. Er kommt mit mir. Amuto stößt einen durchdringenden Pfiff aus. Einige Soldaten, die in der Gegend herumlungern, sind mit einem Schlag aufmerksam und treten dem Hafen Informationen an. Ich weiß, deinen Mut zu schätzen, aber ich bitte dich, deinen Standpunkt zu überdenken. Er erlaubt sich ein sehr kleines Lächeln. Vielleicht kann ich bezahlen, was ich schuldig bin. Da er nicht bezahlen kann, kannst du ihn mitnehmen. Fair ist fair. Das hier geht nur Hamuto und mich etwas an. Glaubst du, ich würde auch nur einen Moment zögern, bevor ich mir einen von euch vorknöpfe? Ja, ich werde nicht die Soldaten der Rabotai hier bedrohen. Angreifen, nein. Ich bezahl mal. Du musst für diesen unanträglichen kleinen Wurm interessieren, um deinen Pfiff auf seine Freiheit zu schlachten. 400 Pires sind es, die Berteno schuldig ist und ich werde diese Summe annehmen, um diese elendige Angelegenheit vom Hals zu erhalten. Naja, 400 Pires, das ist nicht viel, also... Warte, hä? Zahlung wie vereinbart. Da ist unser Geschäft erledigt. Hamuto signalisiert seinen Männern, wegzutreten. Nach hasserfüllten Blicken stecken sie ihre Waffen weg und ziehen mit ihrem Käpt'n von Dunn. Tja. Was soll das heißen? Jetzt schuldest du mir was. Ich kann nicht glauben, dass ich endlich schuldenfrei bin. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich frei. Berteno verschränkt seine Hände. In seinem Augenwinkel staunen sich Tränen auf. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Im Prinzip stehst du jetzt in meiner Schuld. Ja, und es hat auch nur Münzen aus meiner Tasche gekostet. Ihm eine Ohrfeige verpassen, nichts sagen. Ich verpasse meine. Nachdem sein Kopf zur Seite geflogen ist, wendet er sich langsam wieder dir zu, wobei er seine Wange hält, schockiert reinblickt. Was für... was war das denn? Mir ist die Hand ausgerutscht. Du warst außerordentlich undankbar. Oh ja? How's this for gratitude? Ach ja? Was hältst du davon als Dankbarkeit? Er wirft ein paar Handschuhe auf dich und rennt weg. Du hast den Gegenstand hier. Hat uns das jetzt aggressiv gemacht? Äh, hartes. Aber ich konnte dich anders. Zum Glück können wir hier gleich laden. Ein kleiner Klaps mit der Hand nimmt, macht uns schon aggressiv. Willst du mich veralpern? Äh, das Spiel klingt echt keine Gnade. Ja. Vorher waren wir nicht aggressiv. Oh, ich bin über dich, Adair. Es wäre ein Finger frei hier, das du nicht hinkriegen würdest. Hey, es war schmerz. Ich sah nur die Hände in deinem Kopf. Ich dachte, du wärst ein großer Island-Squirrel. Das ist nicht über mich, Farmer. Oh Gott. Die haben auch Probleme und Adair sollte wirklich vorsichtig sein. Ich mache mir Sorgen um dich, Adair. Es gibt da draußen das ein oder andere Ding, das du besser nicht streichen solltest. Hey, es war schließlich dunkel. Ich habe nur deinen Hinterkopf gesehen. Ich dachte einfach, du wärst ein riesiges Inselhandchen. Hier geht es nicht um mich, Bauer. Ja, Rückblick auf den ersten Teil, wo er unbedingt Itomak, den weißen Fuchs, streicheln musste. Der ihn so fest in die Hand gebissen hat, dass seine Hand sich entzündet hat und angeschwollen ist. So, du kannst ihn behalten dürfen. So, jetzt nochmal zu dir. Beat it. I don't have time to chit-chat. Fasin soft as down, but not as sing. Should. Here he comes. And I'm too late. So. Huh? I liked. This is a private matter. Do I? Intention. Your toy pirate speaks out of turn. I salute you for your curse. You must get 400 partners in our business. So, ich zahle wieder. I... For the first time in my life, I'm free. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Im Prinzip schießt du jetzt in meiner Schuld. Ja, und es hat auch nur Münzen aus meiner Tasche gekauft. Problems like this always work themselves out in the end. Belfetto, solche Probleme löst sich am Ende immer von selbst. If you see Fasina, tell her I'm hiding out with some prinshipy friends. Also, catch! Ja. Gewandtheit und Fingerfertigkeit und gewährt Böller. It's a new Berteno all the way. Pirate Berteno doesn't get himself in anyone's debt. Ich bin von Grund auf ein neuer Berteno. Der Pirat Berteno kommt bei niemandem mehr in die Kreide. Äh. Ja. Berteno schüttert einem berüchtigten rathalischen Kippner Samuto Steinferse Geld. Heere zum dunklen Schrank in Perkes Aussichtspunkt zurück. Und er erzählt Fasina, was mit Berteno und den gescholtenen Handschuhen passiert ist. Ja, ich habe seine Schuld beglichen. Hat mir das wenigstens irgendwas anderes... Achso, ich werde durch was anderes aggressiv. Wahrscheinlich indem ich sage, er kommt mit mir mit. Äh. Was zur Hölle? Also machen wir das Ganze nochmal. Schweißgeball schwankt Soti hin und her. Oh, das sieht auch nicht gut aus. Keine Sorge, die Vision ist vorbei. Also immer was Neues an der Stelle gerade. Ich habe nicht Zeit, um... Fasina, so leicht wie da. Hier kommt er. So. No, I didn't. That is a... I would never go behind your back. I... My life. This is a private matter. Do I indentured? Your toy pirate. You must care. 400 parts in our business. So. Jetzt habe ich das mal mit dem er kommt mit mir mit ausgelassen. For the first time in my life. I'm free. Ja, im Prinzip steht es in meiner Schuld. Not anymore, I'm not. Here, catch. Ne, nicht mehr. Hier, fang. It's a new Berteno all the way. Pirate Berteno. Immer? Was macht mich aggressiv? Das würde ich gerne wissen. Ich würde das echt gerne gerade wissen. Wir sind gerade wach, oder? Ja, sind wir. So, ich sag jetzt einfach mal nichts hier. So, jetzt habe ich mal einfach nichts gesagt, anstatt irgendwas, was aggressiv klingt zu nehmen. Ich bin doch aber, bevor ich lade. Nicht aggressiv. Nö. Das Problem ist, ich sehe auch nicht, was mich aggressiv gemacht hat. Ja, das ist jetzt auch wieder lustig. Scheint, dass ich nicht bei dieser Besehnung dabei war. Mit meinem Schaffen verstand ich Taos Pflanzenichte gemacht. In der Tat, es ist ein Wunder, dass wir Taos überhaupt ohne dich aufgehalten haben. Lass dich nicht den Mutigen, Junge. Ich wette Silber, dass du mithalten kannst. Wie großzügig von dir. Ja, ich wäre bereit zu zahlen, um sie dir abzunehmen. Ich überspringe jetzt mal jeden Dialog. Ah, jetzt bin ich nicht aggressiv, okay. Da nehmen wir alles raus, was wir wieder brauchen. So, bis zu der Laterne wollte ich. Und jetzt können wir weiter nach oben. Okay, was hat die für Probleme? Mit geblähtem Segel und gezückter Klinge in die Schlacht, die er auch unter Ruhe und Ehre bringt. Teu und brav, Emini. Melde dich bei Wakui Nui, wenn es deinen Händen und deinem Temperament wieder gut geht. Das ist das letzte Mal, dass ich mich mit so einem dahergelaufenen, verweichlichten Wicht auslaufe. Willkommen, Reisende. Was ist dein Problem? Willst du auch glotzen? Meine Bestrafung ist schon vorbei. Weißt du? Sie schaut weg. Sie verschränkt ihre Arme, sorgfältig, um ihre verbrannten Hände zu verstecken. Warum hast du eine glühende Kanonenkugel gehalten? Tut mir leid, ich wollte dich nicht vererkern. Solche Sprühe würde ich an deiner Stelle sein lassen, wenn du weißt, was gut für dich ist. Warum hast du die Kanonenkugel gehalten? Sie schaut dich wieder an mit Trotz in ihren Augen. Ich habe meinen Käpt'n geschlagen. Als brächte sie die bloße Erwähnung dieses Vorfalls, was sehe ich dorthin zurück? Son verdunkelt ihr Gesicht, ihre gefälschten Zähne, lassen sie ganz anders erscheinen. Aber vielleicht hätte er nicht meine Schießkünste beleidigen sollen. Als ob ich nicht den Unterschied zwischen deinem glatten, deinem gezungenen Lauf kennen würde. Innerlich kochend vor Wut schüttelt sie ihren Kopf. Ja, ein glatter Lauf schießt sehr ungenau. Ein gezogener Lauf hingegen schießt ziemlich genau. Deswegen bevorzuge ich eigentlich eher gezogene Läufe. Was wirst du jetzt machen? Ach, der hat es doch verdient. Scheint mir ein wenig drastisch. Er hat es doch verdient. Er hat gefragt, ob ich wüsste, worauf ich meine Kanone richte. Ich habe ihm gesagt, dass er sich vor einer bücken soll. Dann würde er es schon erfahren. Von da an ist es eskaliert. Von da an ist es eskaliert. Naja, was soll's. Sie zuckt mit den Schultern. Ich melde mich nicht bei Wakoyo zurück. Das steht schon mal fest. Ich habe vorher auf Söderschiffe angeheuert. Wenn ich es mir recht überlege, hat mir das besser gefallen. Sie grinst verschmitzt. Ich bin in der Herzen wohl immer noch ein Früchtchen. Aber ich habe eine Menge Erfahrung. Vielleicht schaue ich mich mal um, ob jemand noch einen anstehenden Kanonier sucht. Ich könnte einen erfahrenen Kanonier in meiner Gesatzung gebrauchen. Dein Angebot abwägen, sieht sie sich von oben bis unten an. Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber ich höre nur bei Käpt'n an, die ich kenne. Entweder persönlich oder aufgrund ihres Rufes. Ich bin mir sicher, dass du fähig bist, aber ich kenne dich einfach nicht genug bis jetzt. Ihre Augenbrauen schnellen, hoffnungsvoll, surgierend nach oben. Wir reden wieder, wenn du dir einen Namen gemacht hast. Okay, Notizen. Mannschaft. Ja, Mannschaft. Nekataka, Messing, Zitat, Zitadelle. Kanonierin. Mehr ruft die zusammen. Und bei Händlern... So.